Joachim Aber du nicht so müde Ey Suche mir das nicht aus Ich habe eine Woche lang kein Rainbow mehr gegeben. Mal schauen, ob das etwas wird. Du musst mir mal den Namen deines Accounts schicken, von Youtube. Mache ich nachher. Dann hast du gerade 18 Follower. Ja. BAM! Ich habe dein Gesicht. Sicher, die Bomben weiter schützen. So loud. Eingang präpariert. Nicht in den Explosionsradius kommen. Schild ausgestellt. Achtung, die Gegner haben eine Bombe gefunden. Es bleiben 10 Sekunden. Fünf Sekunden noch. Hinterhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Zugangssperre angebracht. Sollen sie überkommen. Schild aus. Perfekt für einen Hinterhalt. Dacheldraht verlegt. Dacheldraht. Ich komme nicht. Schild aus. Der Bopptors ja geraten. F***. Ich bin da hinten. Boah, boah, boah! Kann die der Deckel umschiessen da oder? Ah nein, eine Lupe jetzt. Oh, das ist eine Lupe, ja. Was ist denn bei mir? Wir kommen von der einen Seite, ja. Die Sitterbombe. Ja, jetzt. Ja. Die Garage ist nüüd. Garage tour ist frei. Was? Was? Letzter verbleibender Gegner. Ja. 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 No, gut. Ja. Ja. Was ist das? Ja. 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 Wir müssen eine Bombe aufspüren. Andy, hast du den neuen Trailer schon gesehen, in Vor-Berfekt? Wahrscheinlich schon. Ja, das würde ich wahrscheinlich wieder spielen. Ja, aber anders. Ich habe mich schon verbieten angemeldet. Der neue Drohne hat eine Bombe gefunden. Das würde sowas von Gamer haben. Oh, verzweigen. Ich weiß nicht. Den Puls versteckt in 10 Sekunden bis zum Einsatz. Also ja, wenn wir jedes Bett nicht in so einem Game zu sehen, spielen wir uns in 42. Aber auf das freue ich mich das mal. Also riesig. Richie da. Also hier auf die könnte ich auch einnehmen. Yes bitch. Erste Hilfe. Erste Hilfe. Er ist wieder am Boden. Ah, verdammte Feuer. Hey, ich lecke schon wieder den Diffuser. Ich weiss. Wie planten wir das? Äh, vier Äckchen. Ah. Draufgelebt. Ja, ja, ja. Bombenentschaffung eingeleitet. Entschaffer beschützen. Oh, der Andy hat einen verdammten fiesen Platz. Äh, nein, weil er von oben aus dem Fenster geschossen hätte. Aufpassen. Nein, der Andy hat einen verdammten Fett geschossen. Hehehe. LARUNA! Hehehe. Hehehe. Gegner eliminiert. Einer Druck erfolgreich. Hehehe. 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 Du kannst den Schärfen, du hast wirklich sehr weit weggelegt. Das kann ich nicht. Ja. Hehehe. 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 So weit weg war es nicht. Im gleichen Raum. Vier Meter. Ja, ja. Wir haben schon gesehen, dass es irgendwie... ...ehh... 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 ...die Bomben sichern. Secure the bombs. Pfff. Hm, die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Verteidigung entsprechend planen. Achtung, ein Bombenstandort ist in Gefahr. Ein Platz präparieren. Es bleiben noch 10 Sekunden. Ja, BGB, ja? Ja, auch. Es bleiben 5 Sekunden. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Wärts, zwischend Sir! Wärts verstärkt! Oh Ich glaube, es ist einer gar nicht Wow Das Nettchen kann jederzeit aufwachen. Bleiben wir hier. Nein, nein. Keine Ahnung. Ein Gegner verbleibt. Ah, der andere schreckt mich nur zu toden. Sorry. Ich bin voll verschrocken. Ah, ich kann ihn markieren. Ah, ich kann ihn markieren. Jetzt reicht es. Er ist an einer Hauswand oben. Ich kann die Kamera genau nicht an diesen Winkel hinterlegen. Gut, dann beginnt er. Ich bereite ein Messchen vor. 30 Sekunden. Ja, nichts mehr an. Nur noch 15 Sekunden. Jeder Moment kommt, er irgendwo hinzukommen. 10 Sekunden übrig. Gegner eliminiert. Mission Erfolg für eigener Trupp. Der Kesspart ist ein bisschen abgehangen. Und nur noch nicht.